Mein persönlicher Favorit ist Return to Sender. Das kann ich mir auch im Auto fünfmal hintereinander anhören, ohne dass man langweilig wird. Als ich acht Jahre war, wollte ich immer die Musik weiterleben lassen. Mittlerweile bin ich 16 Jahre im Profigeschäft und sage jedes Mal auf der Bühne, ob das es in Las Vegas ist oder auf den Kreuzfahrtschiffen, überall, ich lasse die Musik weiterleben. Aber man kann keinen Mann oder irgendjemanden kopieren, denn jeder Mensch ist unsegattig. Ich habe ihn kennengelernt bei uns, bei einem Event, bei einem Geburtstagsfeier. Und ich habe mit Elvis Breitle nichts am Hut gehabt, aber der ist einfach so sensationell authentisch. Da habe ich gesagt, das ist es. Also der ist wirklich, er ist aber noch nebenwürdig. Ich habe seit 1994 meine eigene Show in Las Vegas, mittlerweile über 700 Konzerte. Das heißt, in einem Monat zwei Shows, also pro Tag zwei Shows, die Dinner-Show und die Midnight-Show, sind es 60 Shows und mittlerweile zwölf Jahre drunter. Das heißt, in einem Monat zwei Shows, also pro Tag zwei Shows, das ist ein Schäuble, ein Schäuble. Das heißt, in einem Monat zwei Shows und die Finger, Das ist ein Schäuble. Das ist schön. Vielen Dank.